Meine Liebe ist wie ein Eis Sind Sie vorbestraft in irgendeiner Art und Weise, Entschuldigung, dass ich das frage, dass Sie wissen, wo Sie dran sind und Sie muss wissen, wo sie dran ist, müssen wir doch wissen, wo wir dran sind Natürlich, selbstverständlich, natürlich Machen Sie das Ich, ja, ja, also Haben Sie keine Vorstellung von Ihnen? Nein, ich bin da nicht so, nein Toll, da bin ich ganz begeistert von, ich bin eben auf Töne Ach, ja So durchfallen, das läuft nur so durch Ich muss bestimmt gleich noch mal Weißt du nur, als du sieben Jahre alt